Doch, machen wir noch schnell. Wollen wir deinen Tast drehen? Nee, wir können gleich beides. Zieh dich schon mal um. Wir können nämlich schon mal den überflüssigen Scheiß hier wieder reintun. Das 10 Minuten fortmachen. Das 10 Minuten fortmachen. Ich hab unscheiden. Das 10 Minuten fortmachen. Das 10 Minuten fortmachen. Das 10 Minuten fortmachen. Das 10 Minuten fortmachen. Diesmal rennst du hier unten. Ich film wieder als erstes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Warum haben wir nicht auf Pause gedrückt?